Es haut ab, es türmt. Wo ist das Viech? Mann! Alter! Wollen die mich verarschen? Laufen wir unendlich rum? Jetzt mal heile ich mich hier. Oh! Boah, zumindest haben wir es schon mal so weit gebracht, dass es den Weg wieder aufgemacht hat. Ich weiß allerdings noch nicht so recht, wie man den besiegen muss. Hm, wir haben noch ein bisschen Bazooka. Wir haben noch, um genau zu sein, drei Schuss. Dann haben wir noch Rucksackbomben. Maschinengewehr haben wir nur noch die Granaten. Die könnten sehr hilfreich sein. Dann haben wir noch Schrotflinte. Ob die natürlich was bewirkt, weiß ich nicht. Dann haben wir noch eine Armbrust. Die ich mir auch mal nachlade. Ich werde jetzt nämlich mal alles hier nachladen. Der Colt. Ja, ansonsten... ...wüsste ich jetzt nicht so unbedingt, wie... ...oder... ...ja, wie man das machen muss. Ich weiß nur, dass sich das Viech jetzt verpieselt hat. ...wunderbar. So finde ich das ja immer wunderschön. Wenn man dann nämlich abstürzt und dann... ...ääh... ...nur weil man da hochkatapultiert wurde... ...gleich erst mal fast die Hälfte des Lebens verliert. So, speichern würde ich ansagen. Ich bin ja mal gespannt, wo es jetzt ist. Auf jeden Fall ist das ein neuer Weg... ...den es da freigemacht hat. Das ist mir ungeheuerlich. Das ist mir ungeheuerlich. Wo ist es hin? Nein! Oh, hier gibt's neue Munition. Wo ist das Viech? Ich glaube, das wird nämlich so auch vernichtet. Könnt ihr mir vorstellen, dass das so auch funktioniert? ...den wir nicht. Und hier... ...dass geht's. Wok, dasuent-dass geht's. Woh! 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 Mann, ich bin ganz schön ruhig geworden. Fällt mir grad so auf. Weil ich kann doch nicht immer nur hier mit diesen, mit der Brechstange hier auf alles einbrechen. Oh mein Gott, es ist hier unten, das Viech. Oh, es ist tot. Es ist tot. Ich würde mir gern das tote Viech angucken, aber nein. Dann kommt wieder so ein Viech. Oh Mann, da ist wieder ein Portal. Wui. Äh. Ist aber sehr nett von euch. Ah. Ja, genau. Mit so wenig Leben soll man das jetzt noch überleben, oder was? Was zum Teufel? Wieso geht denn das jetzt nicht? Oh Mann, da ist ja noch nicht. 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 Ach, so sah das aus. Ah, jetzt wissen wir auch, wie wir das umbringen müssen, das Vieh. Oh, wie viel sind denn das noch? Mann! Hat das jetzt gespeichert? Hallo? Jetzt hat das gespeichert. Erstmal heilen wir uns hier. Boah. So, dann können wir in dieser Zeit erstmal nachladen. Das wird jetzt nämlich immer noch widerlich. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Weil wir haben überhaupt kaum noch Munition. Also für die Hauptwaffen, sag ich mal. Hierfür haben wir unendlich. Aber ob uns das hilft, weiß ich nicht so genau. Also wenn jetzt noch ein paar große Viecher kommen, haben wir ein echtes Problem. Würde ich mal behaupten. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Und ich wollte schon die, äh, Folgen schneiden so, dass man es nicht merkt. Dass ich so oft gestorben bin. Naja. War ein schlechter Plan. So. Das Viecher ist auch weg. Dann wollen wir mal. Eindringung. Stand da Eindringung oder Eindringling? Wieder mal abgestürzt. Wunderbar. Ich stürze so gerne ab. Ist euch glaube ich schon aufgefallen, ne? Eindringung. Verz organizations кам missen ici. Verz empresa. Be Tyson. 님üge. Wir beginnen bei uns. Nehmen wir mal lieber was, wo wir unendlich Munition haben. Ah! Äh, hallo? Scheiße. Ich bin hier reingefallen, ich komm hier nicht mal raus. Ach, ist das blöd. Wenn man in so ein Loch fällt, kommt man nie wieder da raus. Na, das war ja prall jetzt. Nochmal das Ganze. Na, wie lang lebt er noch? Also diese Viecher sind wirklich schlimm. Er ist schon mal weg. Speichern nicht vergessen. Ich frag mich, warum ich damit schieße. So, war's das jetzt, oder? Die Frage ist ja, wo muss ich hin? Da fliegt irgendwas. Ich glaub, ich muss da rüber. Irgendwie. Oh, scheiße. Das war nix. Oh Mann, wo hab ich jetzt drauf gedrückt? Nein! Irgendwo... Ah, hier geht's wieder rein. Das sieht aus wie Leben. Mann, ist das hier ne große Pfütze, wollte ich schon sagen. Immerhin wieder ne Energiezelle gefunden. Es kommt mir so vor. Wir müssen glaube... Ach ja, wir müssen ja hier diese Kreaturen irgendwie vernichten, damit die Erde wieder in Sicherheit ist. Und ich frage mich, wo uns das Ganze hinführen wird. So, speichere ich nochmal. Weil hier ist nämlich ein Loch drin. Jetzt hab ich die ganze Zeit mit dieser Waffe geschossen. Sie ist doch gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Oh Mann. Oh Mann. Äh, ist das normal? Na gut. Das ist hier erstmal ein ganz ekliger Weg. Und da sind wieder so ein paar Viecher drin. Och, warum sollte ich mich eigentlich beunruhigen? Äh. Scheiße. Ich dachte gerade, das wär's jetzt gewesen. So, das weg. Das weg. Hier passiert doch gleich irgendwas. Oh. Tja, hier sind diese Viecher alle heimisch. Das muss man nochmal dazu sagen. Oh. Oh.